Hallo, Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht, es hat geschnallt und der Reiher war da. Ich habe mich länger nicht gemeldet. Aufgrund einer Knie-OP bin ich jetzt erst so langsam wieder fit, dass ich wieder einigermaßen laufen kann. Und in den letzten Monaten ist hier dementsprechend auch wenig passiert. Man sieht auch, hier schüttelt die Quelle wieder. Es hat jetzt genug geregnet, sodass der Brut auch weitermachen kann. Ja, angekommen an die Hälterung. Ihr könnt ja hier sehen, hier sind noch einige schöne Golfforellen. Rotfleischig. Wunderschöne Tiere, die haben um die 4 Kilo noch. Ja, bekomme ich jetzt auch noch mal welche und deutsche Tiere, keine dänischen. Schauen, ob ich eine kriege. Die Milchner hat eine richtig schöne Farbe. Die dürfte so in etwa noch 3 Kilo haben. So, hier holen wir immer Futter für die Ziegen. Bei den Hochlandrindern, was wir nebenbei auch noch machen. Hier liegen oberhalb der Teiche. Da helfen wir einen guten Freund von mir. Und auch Geschäftspartner, weil wir noch Kämme zusammenbauen. So, und dann können wir uns hier für die Ziegen immer Futter nehmen. Vielleicht habt ihr auch mal Interesse an solchen Videos bezüglich Hochlandrindern. Ja, mittlerweile haben wir auch ein neues Auto gekauft. Ein Jimny. Baujahr 2014. Ranger Edition. Natürlich auch mit Werbung. Und ganz wichtig, so ein Gitter hinten drin, so ein Hundegitter. Weil wir auch ab und zu die Ziegen spazieren fahren. Ab und zu den, dann schau' ich mit dem. Dann schau's mit. Dann schau's mit dem.